Hi Leute und willkommen zurück zu Remnant 2. Im letzten Part sind wir hier im neuen Gebiet angekommen. Das heißt, wir haben einmal irgendwie so ein Stadtgebiet und einer der Abzweige in dem Stadtgebiet ist anscheinend schon wieder so eine Kanalisation wie im ersten Teil. Und das heißt, Reichweite des Erntes? What the hell? Ähm. Ah ja. Warum? So. Jetzt geht's los. Okay. Hm 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 hm. Na links oder nach rechts? Gehen wir erst mal nach rechts. Okay, aber oben das Stadtgebiet hat mir schon sehr gut gefallen mit diesen, keine Ahnung, was war das? Ein Wehrwolf oder so? Also davon die große Version praktisch. War nicht schlecht. Aha, mir. Ähm, wie war das? Das passt nicht mehr. Okay, ähm, wie lang? Es wird bestimmt hier so viel verstecktes Zeug geben, ne? Ich bin sehr davon überzeugt, dass ich im Labyrinth halt nochmal rumlaufen müsste. Ich glaube, ich habe ein Ding gesehen, wo man noch lang gehen kann. Und halt nochmal dieses Portal, wo du durchgehen kannst, runterfällst durch die Luft in ein anderes Portal rein. Würde ich gerne nochmal ausprobieren. Hier kommt gar nix. Okay, ich kriege zumindest immer das geschmiedete Eisen, was halt schon das bessere Upgrade-Material ist jetzt. Vorteil? Problem? Immer noch Geld. Eindringlinge haben keinen Zutritt. Eindringlinge werden zu Abschrecken. Ach so. Oh, 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 oh. Ich wollte mir nicht sagen, dass ihr mit dem Schleimviechern hier zusammen wohnt, ja? Ähm. Steht zusammen und kämpft! Jungs, ich brauche Money. Keine Munition. Munition habe ich unendlich. Ja, hier nochmal gucken. Okay, plötzlich wird es ein bisschen unheimlich von der Stimmung. Ah ja, Gott, wurde auf der Minimap nicht mehr angezeigt. Genau sowas meine ich. Das gibt es bestimmt zigmal hier in dem Gebiet. Ach, das sieht nicht gut aus. Ach, das sieht nicht gut aus. Ich habe zwar das eine Ding, was mir mehr Damage gibt, wenn ich Half-Life bin, aber ich will das jetzt nicht unbedingt ausreizen damit. Ähm, da kann man irgendwas anscheinend mit dem Wasser machen. Okay. Ich würde das lassen. Ist da ein Buch oder ein Ring? Buch brauche ich jetzt nicht so dringend, erst wenn wir, ich glaube, noch einmal gelevelt haben. Okay. Okay. Behördenring der, das Göttlichen. Okay. Aha, aha. Was kannst du? Verursacht der Gesamtschaden des Triggers wird um 10% verringert. 50% der Selbstheilung wird an Verbündete weitergegeben. Also so ein Kurop. Ring. Okay. Ah, da würde es weitergehen. Wie gesagt, das sorgt bestimmt hier dafür, dass hier überall Wasser ist nachher. Also kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Jetzt geht's los. Ah, guck mal. Ohne. Oben ist irgendwo was, wo man Wasser ablassen muss. Kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. Ohne. 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 Okay, ein bisschen Altmetall. Ja, jetzt haben wir halt hier da hinters Wasser abgelassen. Vielleicht ist das für irgendwo hier vorne. So, wollen wir jetzt da vorne? Ich glaube ja. Weiter sollte jetzt hier eigentlich nichts sein, ne? Nö. Hängt man da irgendwas? Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt das Wasser niedriger als vorher. Ich weiß nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Hm, na, kann ich nicht sagen, ne? So. Dann hier ins Wasser runter. Genau. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Wer wurde hier abgelutscht? Okay, komm. Todesfalle. Let's go. Ja, ja, ja. Komm. Ich warte drauf. Als ob da jetzt nichts rauskommt. Barsch mich doch nicht. Ach nee, dann luckelt was dran. Jetzt? 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 Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Meine Güte. Oh, das ist echt gut. Oh, das ist gut. Als ob du nicht da durchschießen kannst. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Okay. Problem Nummer 1. Dunkel. Dunkel mögen bin ich. Hätte sich gerade geklärt. Tut mir leid, ich habe noch niemanden gefunden für dich. Okay. Aber ich habe einen Haufen Leichen. Wie wäre es damit? Aber es war halt nur Elite und kein Miniboss. Okay. Okay. Nein. Lass das. Kommst du mir hinterher? Nö. Nö. Hallo. Wechsel die Waffe. Okay. Okay. Sobald er in der Nachladeanimation ist, ist vorbei. Da widdert dann nichts mehr. Also sie muss vor der Nachladeanimation. Wechseln. Wechseln. Oh. Endlich vorbei. Okay. Okay, das ist aber jetzt hier auf und weg. Okay. Secrets kannst du... Nein. Okay. Okay. Also ich erwarte immer noch, dass irgendwas mir auf den Kopf fällt und mich aussaugen möchte. großartig. Das wird ja immer besser. Ja. Finde ich auch. Ne. Kein anderer Loot mehr in der Nähe. Ähm. Gehen wir erst hierher wechseln. Und wechseln. Nö. So. Noch eins. Ja. Komm schon. Okay. Nee. 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 Ich bin in Schwierigkeiten. Das ist wieder so ein seltsames rotes Gebuff. Das ist dann kein gar nichts. Was hätte ich noch tun können? Selbst die Viecher von hier greifen mit an, anscheinend. Ich hätte schwören können, da kam gerade was von hinten. Wenn sie hier stand, kam halt was von hinten geflogen. Und das geht halt die Gornette. Ich meine, ja, ich könnte die ganze Zeit hier im Kreis rumrennen. Nicht so schlimm. Natürlich bist du so dumm da. Ich bin in Schwierigkeiten. Ähm, ja, wird nichts anscheinend. Dann, ja, gehen wir eine andere Seite der Map. Da oben müssen wir noch den... Das, da können wir vergessen. Es ist halt... Ich brauche kalt gegen keinen Monster kämpfen, dass ich drei Rollen nach hinten hinterher chargen kann und dann noch drei Angriffe machen kann. Und dann tot. Ähm... Ja. Ja. Gehen wir im nächsten Part dann hier hinten hin. Und ich scheint da auch irgendwas noch unten zu sein. Ja. 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 Ja.